Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Für die Waage, das Zeichen, das für seine Ausgeglichenheit und Harmonie bekannt ist, bringt das aktuelle astrale Umfeld eine Welle positiver Energie in deinen beruflichen und finanziellen Bereich. Die Herausforderungen und Hindernisse, die deinen Fortschritt behindert haben, scheinen sich wie von Zauberhand aufzulösen und machen den Weg frei für reibungslosere und effizientere Abläufe in deinem Beruf und in deinen persönlichen Bemühungen. Dieser Wandel wird von einem Schub an Kraft, Energie und Optimismus begleitet, der deinen Ehrgeiz und dein Selbstvertrauen stärkt. Was dein Berufsleben angeht, stehen die Sterne günstig für dich. Wenn du bei der Arbeit Schwierigkeiten hattest, ist heute ein Wendepunkt, an dem sich diese Probleme zu lösen beginnen. Aufgaben und Projekte, die dir beängstigend oder mühsam erschienen, werden jetzt wahrscheinlich mit größerer Leichtigkeit erledigt. Diese neue Leichtigkeit in deinem Beruf ist ein direkter Ausdruck der positiven kosmischen Einflüsse und bietet dir die Chance, deine beruflichen Ziele mit weniger Widerstand zu erreichen. Deine intuitiven Fähigkeiten, ein Schlüsselaspekt deiner wölfischen Natur, werden maßgeblich von der Qualität deines Schlafes beeinflusst. Um diese metaphysischen Talente zu fördern, solltest du dir eine nächtliche Routine für einen erholsamen Schlaf zulegen. Dazu können verschiedene Aktivitäten gehören, die dich persönlich ansprechen, wie ZB beruhigende Musik hören, ein heißes Bad nehmen, rhythmisch tanzen, sich dehnen oder sogar Schlaflieder für dich singen. Das Ziel ist es, ein Ritual zu schaffen, das den Höhepunkt deines Tages markiert und dich auf eine erholsame Nacht vorbereitet. Mach es dir zur Gewohnheit, deine Träume nach dem Aufwachen in einem Tagebuch zu notieren. Das hilft dir nicht nur dabei, dich an deine Träume zu erinnern, sondern auch dabei, die Entwicklung deiner Intuition und deiner unterbewussten Erkenntnisse zu verfolgen. Wenn du auf der Suche nach einem neuen Job bist, bietet der heutige Tag eine günstige Gelegenheit für die Jobsuche. Es ist ein Tag, an dem du gründlich recherchieren und nach genau der Stelle suchen solltest, die deinen Wünschen und Fähigkeiten entspricht. Deine Bemühungen werden wahrscheinlich Früchte tragen, denn Ausdauer und Hingabe werden durch die astrologischen Einflüsse des heutigen Tages belohnt. Wenn sich die Sterne ausrichten, gibt es Anzeichen für ein mögliches Wiedersehen mit einer früheren Liebe, möglicherweise mit einem Ex-Partner. Diese Phase der Himmelsbewegungen weckt Erinnerungen und lässt alte Gefühle wieder aufleben. Es ist jedoch wichtig, daran zu denken, dass Nostalgie allein nicht deine Entscheidungen bestimmen sollte. Höre aufmerksam auf dein Herz und deine innere Stimme. Wenn du echte Wärme und ein positives Gefühl dabei empfindest, eine alte Beziehung wieder aufleben zu lassen, dann könnte es sich lohnen, sie zu erkunden. Wenn aber Zweifel und Zögern bestehen bleiben, ist es klug, diesen Instinkten zu vertrauen. Das Universum ermutigt dich, bei jeder Entscheidung über das Wiederaufleben einer alten Liebe dein emotionales Wohlbefinden und Glück in den Vordergrund zu stellen. Denke daran, dass die Sterne dich leiten, aber dein Herz entscheidet. Schließlich bringt das Quadrat zwischen Wassermann-Mond und Jupiter einen Hauch von Exzentrik und den Wunsch nach Unangepastheit mit sich. Dieser himmlische Aspekt ermutigt dich dazu, deine einzigartigen Qualitäten anzunehmen und vielleicht unkonventionelle Ideen oder Verhaltensweisen zu erkunden. Es ist ein guter Tag, um deine Individualität zum Vorschein zu bringen, aber es ist wichtig, dass du dies mit Respekt vor anderen tust. Du darfst deine Kreativität und Einzigartigkeit zum Ausdruck bringen, aber du solltest deine Ideen nicht anderen aufzwingen oder persönliche Grenzen überschreiten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der heutige Tag für die Waage ein Tag der beruflichen Leichtigkeit, der verbesserten Intuition, der erfolgreichen Jobsuche, einer neuen Perspektive in der Liebe und der Einladung, deine Individualität zu feiern, ist. Es ist ein Tag, an dem du die positiven Veränderungen in deiner Karriere nutzen, deine metaphysischen Fähigkeiten fördern, aktiv nach neuen beruflichen Möglichkeiten suchen, die spielerischen Aspekte deiner Beziehungen genießen und dein einzigartiges Selbst auf ausgewogene und respektvolle Weise zum Ausdruck bringen kannst. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Der Stern ist ein Symbol der Hoffnung, der Inspiration und der spirituellen Führung. Er steht für ein Gefühl der Erneuerung, Gelassenheit und eine Verbindung zu einer höheren Weisheit. Für den heutigen Tag deutet der Stern darauf hin, dass du dich in einer Zeit des Optimismus und der Heilung befindest. Es ist ein Tag, an dem du an deine Träume glauben und deiner Intuition folgen solltest. Vertraue darauf, dass du auf dem richtigen Weg bist und dass du das Potenzial hast, deine Ziele zu erreichen. Die Königin der Münzen verkörpert Sachlichkeit, Überfluss und nährende Energie. Sie wird oft mit finanzieller Stabilität und der Fähigkeit in Verbindung gebracht, für sich und andere zu sorgen. Heute ermutigt dich die Königin der Münzen zu einem verantwortungsvollen und fürsorglichen Umgang mit deinen materiellen Angelegenheiten. Es ist an der Zeit, deine Ressourcenweise zu verwalten und dein finanzielles Wohlergehen in den Vordergrund zu stellen. Der König der Schwerter ist eine Karte des Intellekts, des klaren Denkens und der selbstbewussten Entscheidungsfindung. Diese Karte steht für eine Person, die logisch und rational ist und faire und weise Entscheidungen treffen kann. Für den heutigen Tag legt der König der Schwerter nahe, dass du Situationen mit einem scharfen, analytischen Verstand angehen solltest. Sei objektiv und triff Entscheidungen auf der Grundlage von Logik und Vernunft. In ihrer Beziehung zueinander deuten diese Karten auf einen Tag des Gleichgewichts und der Integration von Hoffnung, Praktikabilität und klarem Denken hin. Der Stern steht für Hoffnung und Inspiration, die Königin der Münzen rät zu einem verantwortungsvollen Umgang mit materiellen Dingen und der König der Schwerter trägt zu einer klaren Entscheidungsfindung bei. Vertraue heute auf die Führung des Sterns, um deinen Geist zu inspirieren und zu erneuern. Sei praktisch und verantwortungsbewusst, wie die Münzkönigin dir rät, wenn es darum geht, deine Ressourcen und deine finanzielle Stabilität zu verwalten. Triff Entscheidungen mit dem logischen und klaren Denken des Königs der Schwerter. Indem du Hoffnung, Praxisnähe und klare Entscheidungen miteinander verbindest, kannst du deine Ziele sinnvoll und fundiert erreichen. Indem du Hoffnung, Praxisnähe und Klärung, Praxisnähe und Klärung, Praxisnähe und Klärung, Praxisnähe,